Willkommen bei einem neuen Part von Five Nights at Freddy's Und ich muss sagen, es hat mir jetzt sehr viel Überwindungskraft gekostet, diesen Part zu starten Denn ich, nachdem ich eure Kommentare gelesen habe, was auftreten kann für Szenarien Habe ich jetzt richtig, richtig Angst, schönen Dank euch allen Und ich bin jetzt ziemlich aufgeregt, ja Denn jetzt wird's krass Also, Nacht 3, oh Gott, ich hab Angst und es geht los, ne Also, viel Spaß euch beim Zuschauen, ihr Sadisten Okay, ähm, scheißendrich So, das ist echt nicht schön Na, passiert auch was? Oder passiert da gar nichts? Ich sehe einen schwarzen Bildschirm Oh Gott Okay, soweit alles cool Hier ist auch alles cool Also, ich hab von einem Kommentar von euch gesehen, dass man sich das hier öfters anschauen sollte Denn dort kann auch ein spezieller, ja, Typ auftauchen Der einem gerne das Leben zu helfen kann Und ich glaube, diesen scheiß Andrus, den müssen wir uns nicht anhören Oh Gott, nein Nein, 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 es geht schon los Es geht los Entertainment ist dort Entertainment ist dort Oh nein Und meine Angst geht los Meine Angst geht los Yippie Nein, wo ist Scheiße Wo ist der andere? Wo ist Freddy? Wo ist Freddy? Wo ist Freddy? Jemand von euch hat mir geschrieben, dass Freddy manchmal Unfug baut Und davor habe ich Angst Scheiße Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Hallo, Freddy Freddy Krieger Ich weiß noch nicht, wer Freddy Krieger ist Aber egal Er macht mir Angst Er ist wieder da Gut, aber wo ist Entertainment? Entertainment ist hier, okay Gut, dann machen wir die Tür wieder auf Oh je Und wie läuft es hier? Hier ist auch alles ruhig Okay, wir haben jetzt schon sehr viel Energie verschwendet Und wir haben gerade erst zwölfe Das sieht schon mal nicht so gut aus Wo ist Ente? Wo ist Ente? Wo ist Ente? Da ist Ente Alter Da ist Ente ist hier Da ist Ente Seht ihr? Let's eat Let's eat Er meint damit mich Ja genau, er meint mich Er will mich essen Weil er Hunger hat Genau Wir sind ja hier in einer Pizzeria, soweit ich weiß Ja, ja, ja Der Kevin kennt sich aus Schon klar Schon klar La, la, la La, la, la Hier ist alles ruhig Gut Wo ist Ente? Wo ist Ente? Wo ist Ente? Wo ist Ente? Scheiße, wo ist Ente? Ohne Witz jetzt Ich kann das Menü mal wieder nicht verlassen Ist das nicht schön? Ach, komm schon Und ich kann dieses Scheiß Menü mal wieder nicht verlassen Weil irgendetwas nicht funktioniert Scheiße Oh Gott, oh Gott Oh Gott Ente ist vor meiner Tür Nicht schon wieder Nicht schon wieder Ich kann dieses Menü mal wieder nicht verlassen Ich hab hier ein fettes Déjà-vu gerade Ich schau nicht hin Ich schau nicht hin Gleich passiert was Gleich passiert was Ich kann nicht hinschauen Oh Gott Oh Gott, oh Gott Nein, nein, nein Ich lass mich jetzt einfach erschrecken Egal Wenn es da gleich was kommt Ist es mir egal Ist es mir egal Es ist 2 Uhr am Morgen Es ist 2 Uhr am Morgen Und die Ente steht vor meiner Türe Die Ente steht vor meiner Türe Oh, das ist 2 Uhr am Morgen Mach jetzt Und der erwacht langsam, glaube ich Der erwacht langsam Aus seinem Schlaf Ach, schön Ähm, äh, scheiße Hier Ich, äh, scheiß mich gerade richtig ein, ne Meine, äh Ich hab Ich trag zum Glück eine gute Windel, ne Also Als kleine Als kleinen Schutz sage ich Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Es ist mir Ah 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 Oh Oh nein Oh nein, 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 nein Nein, 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 nein Non, 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 non Ich kann nichts machen Wenn ich hier das Menü verlasse Passiert nichts Ich kann es nicht verlassen Oh Gott 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 Hau ab Hau ab du blöde Ente Hau ab du Scheiße Oh Gott Nein Ich sehe nichts mehr Ich sehe nichts mehr Ich sehe nichts mehr Scheiße Nein Jetzt sehe ich überhaupt nichts mehr Warum sehe ich nichts mehr Scheiße Oh Gott Das war es Ich bin tot Warum sehe ich wieder was Hä Und I was a little spinny Und the sun was going down Was Scheiße Alter Alter Oh Oh Scheiße Moment Erstmal muss ich mich hier Erholen Oh Gott Oh 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 Meine Hose Ich kontrolliere mal schnell Meine Hose Aha Okay Okay Alter Schwede Was war das denn eben Oh Oh Halt zu euch Ich hasse dich Verdammtes Arschloch Warum lässt du mich Das Let's Playen Und warum lasse ich mich Darauf ein Warum Eigentlich würde ich den Pass jetzt am liebsten Wenden Aber Nur für euch Mach ich Noch eine Nacht Auch wenn ich mich gerade hier Fett erschrocken habe Oh Gott Ist das mies Das ist einfach nur mies Dieses Spiel ist krank Dieses Spiel ist verdammt krank Hedged plüscht hier auf uns Oh Gott Ich will nicht mehr Ich habe echt so keinen Bock mehr Auf dieses Spiel Aber Selber schuld Ich muss es Let's Playen Weil bald so mich sonst erschießen wird Glaube ich zumindest Der steht hier hinter mir Mit einer Knarre Mit so einer AK47 Und hält sie mir In meinen Rücken rein Und wenn ich sage Dass das Spiel ist beendet Dann Oh Gott Nein Nein Okay Ich mache alles dicht Ich mache erstmal alles dicht hier Weil ich nichts sehen kann Scheißendreck Alter So es ist echt uncool Dieses Spiel Aha Gut Ente ist hier Fucking Ente Ich hasse dich Ente ist der größte Plagigeist In diesem Spiel Neben Dem Hasen Dem Bären Und dem anderen Scheißkerl Let's eat Hier gibt es überall Pizzen Warum musst du mich essen Warum Es ist uncool Es ist uncool Ich schmecke nicht besonders gut Oh nein nein Mich willst du nicht fressen Ganz ehrlich Du willst mich nicht fressen Ich schmecke ganz scheußlich Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh hier ist nichts Und Ist hier was Hier ist auch nichts Ah schön Oh Gott Oh nein Ich sehe nichts Warum sehe ich nichts Warum sehe ich nichts Das macht mir eigentlich Angst Das macht mir sowas von Angst Ich will nicht Ich muss da Ich muss jetzt einfach mal Gescheit Logisch denken Und ich kann dieses Scheißmenü Wieder nicht öffnen Und ich Ich habe jetzt keinen Bock Das Spiel nochmal neu zu starten Ich werde jetzt einfach so lange warten Bis ich verliere Oder bis die Energie aus ist Ist mir egal Das ist die Schuld am Spiel Scheiße Ich will das nicht nochmal beenden Und neu starten Dann muss ich es nochmal machen Also wisst ihr was Ich starte das Spiel schnell neu Weil hier wieder dieser Scheiß Bug drin ist Mensch Spielentwickler Fixt mal eure Spiele Anstatt hier die Zuschauer Und die Spieler hier Zu verzweifeln zu bringen Also wir sehen uns gleich wieder Bis es gefixt ist Und ich hoffe das passt Nicht nochmal Ansonsten Habe ich echt Probleme Mit diesem Spiel Habe ich jetzt sowieso schon Aber Gut Ich glaube wir sehen uns gleich wieder Also Macht's gut Bis gleich Okay ich bin wieder da Und Es geht weiter Der Albtraum Na was ist jetzt Das Spiel Äh Das Spiel will einen Schon jetzt Fertigmachen Alter Ich hasse es wenn die Kameras Nicht funktionieren Da kriege ich immer voll die Panik Und ich mag keine Panik Ich mag Blümchen Und Ponys Und Farbenfrohe Welten Aber nicht so ein Scheiß So ein Scheiß So ein Scheiß mag ich echt nicht Äh Warum sehe ich hier nichts Das macht mich voll Angst Das macht mich voll Angst Ja Mein Grammatik ist super Halt die Fresse Du nervst Ja Telefon Äh Äh Komm schon Komm schon Gut Immerhin sehe ich jetzt wieder was Oh Gott Ich muss die Türen öffnen Auch wenn ich Keine Lust drauf habe Scheißendrich Scheißendrich Was ist das für ein Scheißspiel Oh Gott Entertainment ist dort Er will mich fressen Scheißendrich Hier ist nichts Hier ist nichts Hier ist nichts Hier ist nichts Da ist auch nichts Aber ich sehe wieder nichts Das heißt richtig Tür zu Oh Mann Der ist hier Pirate Cove ist noch Graf Gott Gott Warum lässt du mich das spielen Ich hasse dich Gott Tür zu Tür zu Tür zu Guten Tag Mr. Ente Ich grüße Sie So Freddy's Five Nights Freddy's meine ich Natürlich Natürlich Was schauen Sie so Sieht so aus Als hätte er eine Zahnspange da Ich habe hier eine Zahnspange Ich hatte hier eine Zahnspange Warum funktionieren die Kameras Jetzt schon wieder nicht Oh Gott Ich gehe mich beschweren Beim Personal Es ist gerade mal ein Einzel Nach drei haut echt rein Wie Klitschkos Oh Gott Wie Klitschkos Faust Ich habe Angst Ich habe Angst Ich kann gar nicht mehr hinschauen Wenn ich dieses Gesicht sehe Soll ich die Tür öffnen Guten Tag Na Wie geht es Ihnen so Mr. Ente Ja Sie haben Spaß Ich habe keinen Spaß Nein Ich habe überhaupt keinen Spaß Nein Nein Ich habe keinen Spaß Wo ist die Ente jetzt hin Ente Ente Boah Wenn ich beim Chinesen bin Beim nächsten Mal Dann bestelle ich mir 20 Peking Enten Und dann lache ich sie aus So sehr Hase ich diese scheiß Ente Wo ist die Kamera Funktionieren schon wieder nicht Dann lache ich sie aus Ich habe keine Angst Ich habe keine Angst Ich habe gesehen, was Grimmie gesagt hat, und es war kein Weg. Wiener, sie hat alles gesagt. Sie hat gesagt, Pinky, du musst dich aufhören. Wir haben die Gesichter, die es hier alles sehen. So wir können sie nicht, wir können sie nicht wegnehmen. Die wollen aber nicht disappear. Davon träumen sie nicht einmal. Geh da weg, bitte. Bitte geh da weg. Du bist der größte Feind von mir. Ich hasse dich, wer auch immer du bist, du verdammte Ente. Freddy ist noch da. Pirate Cove ist auch noch friedlich. Mir geht langsam die Energie aus. Ich muss stationieren, auch wenn ich nicht will. Oh Gott. Oh Gott. Scheiß und Dreck. Nein. Nein, 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 nein. Wo sind die anderen? Wo sind die anderen? Gerade waren sie doch noch da. Tür zu. Und ich kann dieses Scheiß-Menü nicht wieder öffnen. Scheiß Billigspiel vom Aldi. Ich will das nicht mehr spielen. Scheiß und Dreck. Ich kann es wieder nicht öffnen. Weiß ihr was wisst, wie ich das fixen kann, damit es hier sich öffnet, dann schreibt es bitte in die Kommentare, weil ich kann da nicht mehr länger so arbeiten. Wenn ich dieses Level immer wieder neu starten muss, ist es echt schlimm. Die Töne offen halten. Es bringt nichts. Es bringt echt nichts. Es bringt nichts. Die Töne offen halten. Okay, ich schaue jetzt gar nicht hin. Ich lasse mich jetzt überraschen. Ich lasse mich jetzt überraschen. Ich schaue nicht hin. Oh doch, ich schaue doch hin. Ich schaue doch hin. Ich schaue doch hin. Nein, vielleicht auch nicht. Oder vielleicht doch. Ich schaue nicht hin. Ich schaue auf den Ventilator gerade. Ich bleibe einfach auf dem Ventilator fixiert. Bleibe auf dem Ventilator fixiert. Und du wirst dich nicht erschrecken. Auch wenn die Musik dann saulaut sein wird. Aber es ist egal. Es ist egal. Es ist egal. Du kannst nichts machen. Hier, ich kann diesen Lünen nicht öffnen. Egal, ich muss da jetzt durch. Ich muss da jetzt durch. Ich muss da jetzt durch. Auch wenn ich Angst habe. Ich habe Angst. Ja, ja, ja. Das sieht man sich sicherlich an. Und gleich wird was passieren. Gleich passiert was. Gleich passiert etwas Schlimmes. Stay alive. Stay alive. Stay alive. Stay alive. Stay alive. Okay. Ein Held! Ein Held! Ich halte nur noch eins aus! Oder meine Power in dem Fall! Null! Null! Jetzt passiert gleich was! Gleich passiert was! Rass auf! Und Energie ist aus! Oh Gott! Ja komm pack mich! Und... Rest in Peace! Jagen KLP! Macht's gut Leute! Ich sterb jetzt! Tschau!